ja hallo und herzlich willkommen zu einer neuen naja was heißt anderen folgen mal wieder das er nie wieder mein kraft der pvp so weit wir gehen es um mit einem gast um und zwar setzte also das heißt er kommt kommt akka er ist dem klinik hallo Prozent der Witz hat einfach mal Renden und das zu Rival Garners und so aber was bei den Kuchen auf pvp für Winsicht es war der Weg aber das ist die Kiste ich weiß dass man mit manchen wo und ich Prozent als ich in der ersten Kiste verpasst das kommt jetzt nach einer Fall das ist noch zwei Kiste ja sie sind und die die andere hast du essen aber wenig Wart mal komm her hier ist alles okay ich guck mal vielleicht finden wir was ich kenne selbst nicht so wirklich ich gehe mal hoch Helmut da geht zum Treppe hoch vielleicht ist ein bisschen zu sehen und schwert werden jetzt ist ganz gut hier ist eine Kiste aber nur ein Bogen also ja weil ich hab ich hab ich hatte gerade noch ein Pfeil er ist wirklich für mich verurscht das nicht runter Kieler ist das weiter hoch ja man ich habe ein Schwert hast du du kriegst du die Ange vielleicht kannst du mich wussten da liegt sie Kieners ab sie schon mal so ein bisschen Team Action und so und hier sind Prozent truhe hier ja noch ein Schwert hast du Steinschwert na holz sorry gar nicht hätte die Hälfte und und Kompass egal dann wissen wir mal wo die Gegner sind da unten ist einer denn im Haus da drin genau vor uns ja ja so ist die Klinge aber ähnlich nicht runter springen kommst du mit vorne geht's nicht runter so weit ich weiß warte warte wollen wir nein ich bin so dumm ich bin runter gefallen alter ich bin so dämlich oh sorry 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 warte warte ich hab's ins Wasser geschafft oh man bin ich dumm das ist eine Liederliche zu holen sorry Leute der Rüstung und Eisenschwert und wenn wir noch eine Runde dran Runde dann zocken wir noch eine Runde ja gut also dann kurzen Schnitt bis gleich ja los hallo und herzlich willkommen zu der nächsten Runde ja hallo die erste Runde war ja echt gut schnell in die Mitte da gibt's richtig gute Sachen und Glück hast in der obersten Kiste ja man ich hab ein Schwert ich hab ein Schwert ich hab ich hab ähm Kettenrüstung ist bei mir bist du bei mir siehst du ich hab ich hab ich hab ähm Lederstiefel für dich lass das mal wegrennen am Anfang ich hab Lederhose äh ich hab Kettenhose und ähm okay da drin ist irgendwas sein soweit ich das noch weiß nein hier ist nichts bist du noch bei mir ja ich bin hinter dir dann lass mal den Gegnern erstmal ausweichen Notfall ich hab zwar das Schwert aber wollen wir noch eine Runde danach auch 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 also wollen wir drei Runden spiel ich hab was zuerst so ist ein Pumpkin Kuchen in der Schöne war ich weiß nicht mehr nicht so sehr okay er ist noch was denn hier ist noch ein Brot aber darüber ja gut ja Mist letzten Sprung nicht geschafft sie sind ich hab grad Lust jemanden zu schnitzeln ich hab doch kein Schwert egal da ist eine Kiste und 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 Holschweck ne aber eine Wunden Ex dann kannst du vielleicht halt mit das anfangen liegt da so na gut das ist das neue Kiste das um die Kiste Anna Anne und Helm ich hab das Traum verloren es ist so dunkel in dem Scheißbaum aber so die Kiste die Lager vor ich bin direkt hinter dir auch noch nie was ich will ich will da reingehen ja könnten meistens eine oder zwei Kisten sein wenn wir Glück haben war gar nicht doch das ist ich gucke links Weizen und Keks also wenn ich jetzt ein Krafting-Tabell finden kann ich uns was zu essen ja hier hinten ist auch nix steht da geht sie geht sie hoch irgendwo das Haus ist einstöckig dann mal wieder raus da hoch vielleicht auf diesem Werk ja da stehen eine Menge Kisten und das ist das andere sind das andere sind ja gut als kreis zufrieden bisher schon der Pille ist sind obwohl er sich aber was Gutes gehabt er hatten er hat noch ein Helm gehabt und in Bogen ein Bogen bräuchte es persönlich nicht aber gemacht hat die Fahrt von sich hinter dir lauf 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 weg die hoch ich bin ich bin ich bin ich bin wo wo ich habe er geholt er hat ein Schlag gebraucht ein Kripp sehr gut sehr gut ich habe zwei Lern alle ich will die Kette mit einem Götchen von einem sorry er passt in Fakten hat sich dann nämlich in der Architeits auch aufzunehmen und um die Affensock doch ich habe mir gegönnt also um dann bis zum nächsten Mal tschüss 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 Timo so ich nehme weiter auf sorry dass sie das Skype-Ding noch eingeblendet ist und ich renne hier gerade mal hoch auch er so ist auch ich musste kurz auflegen weil sonst aufnahme am Arsch und so aber ganz gute Sachen die Bies gegeben dann schade dass er schon weg ist alles so ausgemacht nehmen wir die mal auf die zwei umgekündigen jetzt essen kraft nachhaltig ja es damals auch genug ich habe nämlich dass mich einer verfolgt oder sowas Kompass wäre geil dann könnte ich nämlich stehen irgendwie aufhalten oder so joh da ist die Kiste wenn hier jetzt schon jemand war okay hier war noch niemand sehr gut oh grad leckt bei mir alles irgendwie alles am zusammenbrechen voll der Fail die erste Aufnahme war ja noch schöner egal hier sind viele Kisten das ist gut Eisenhelm okay na egal wie sie gar nicht so schlecht ausgerüstet warmhampel ich hier oben rum ich hab drei Level kriegt man für jeden kill ein Level kann das sein da links muss jetzt eine Truhe stehen die man überhaupt nicht sehen kann oder da rechts nein 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 ich hasse ich hasse es wenn es so dunkel ist es gibt auch äh so texture packs oder Shader die es einfach aufhellen aber ist das der Spawn ich hampel hier am Spawn rum sehr gut Essen haben wir aber genug für die und hier ist noch Zeug drin ja läuft nein das ist gar nicht der Spawn ich bin so dämlich ne so und dann lege ich den ganzen Lederscheiß mal ab war gerade etwas failig ne so und das Zeug nehme ich mir raus wieso ganz einfach damit es Gegner nicht kriegen weil den Lederscheiß äh das Niveau haben die Gegner inzwischen auch glaube ich so ach ja genau soll ich mir ein texture pack reinziehen ich finde eigentlich die Volt fast am besten wenn man spielt auch schade ich hab gehofft dass ich einen Kompass bekommen im Kompass könnte ich dann nämlich immer wissen wo meine Gegner sind oh das gab gelegt Entschuldigung für den Ruckler an dieser Stelle aber hier war schon jemand oh Chunks Chunks ladet mal ähm warte mal alt und def 3 ne probiere ich doch gleich mal aus äh ich weiß es nicht vom Landen und Chunks nicht ich kann halt meine Wortwahl mich an selbstverständlich hoffentlich er kann die Aufnahme ein mit Profiler Pia Sassi richtig gefällt haben unsere in unseren tollen pvp-skills an der Wichtung nicht einfach runtergesprungen noch sechs leute leben ähm besser aus Schwert wäre vielleicht nicht schlecht dann könnte ich ähm mich auch etwas besser wehren wer die Runde gewinnen kann ich euch nischt sagen auf alle Fälle haben wir genug Essen für immer das wage ich zu behaupten mit 17 Broten da drin ist nix noch oh man wie findet ihr das neue Intro eigentlich also ich fand's cool das hat der Profiler LP als er der Timo gemacht aber nicht bei der Schneesturm würde ich sagen da ist einer den holen wir uns er hat einen eisen Schwert bockert hat alles geleckt habt ihr es gesehen der in dir hin aber gerade haben wir ihn gut ja mann sehr gut weg brauchen wir das Kompass Moment was zeigst du an 100 da kann ich ne Menge was machen so okay dann haben wir alles sehr gut oh scheiße jetzt ist das Deathmatch bestimmt gleich jetzt müssen wir ordentlich racken also habe ich im Deathmatch keine Chance mit so wenig Leben boah das ist sehr gut ich dachte der Eisenhelm hat der aber Eisenhelm hab ich auch schon fag it okay das wird mit dem Regen gefährlich ich gönne mir die Mushroom Stew jetzt weil sonst schaue ich das ganze nicht mehr jetzt habe ich kurz Regeneration 2 das sollte mir ein bisschen was schenken habe ich Pfeile hier habe ich dann tue ich den mal auf die 2 den Bogen die Angel auf die 3 ja das ist ein gutes Kampfset Set up so okay äh ja Kistenzoom hat jetzt kein silber Eisenschwert finden wir eh nicht und um zu jagen will ich jetzt eigentlich auch nicht oh der ist aber recht nah dran aber er jagt uns auch nicht na gut dann ist jetzt Deathmatch wow 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 wo glitch ich denn bitte rum ich probier's am Anfang erstmal mit Bogen was sind sie denn alle? ich geh auf den da okay warte mal die sollen sich ein bisschen schlagen dann können wir vielleicht so ein bisschen Killsteam pfff scheiße verdammt verdammt sorry die sollen sich ein bisschen schlagen scheiße sehr gut jetzt komm ich fuck den kann ich mich nicht holen sorry naja gut One Assist, 4 Kills, naja gut Runde ging, komm wir gucken es uns noch zu Ende an haben die Team gemacht aber warum gehen die nicht aufeinander los ich hasse diese Lichtverhältnisse hier ich hab die am Team gemacht ja gut also dann vielleicht nehmen wir noch eine Runde auf vielleicht nicht, ich weiß es nicht ich mach trotzdem schon mal die Abmoderation also freut mich dass ihr das Video angeschaut habt über einen Kommentar oder ein Like würde ich mich sehr freuen und ja vielleicht nehm ich öfters mal mit diesem Profiler LP auf der scheint ja ganz nett zu sein wir sehen uns beim nächsten Mal wieder egal welches Video checkt auch Mike aus auf alle Fälle Kirby und so Kirby, ich glaub War You Were Touched kommt jetzt auch ich will nicht spoilern hoffentlich ist es schon online also dann bis zum nächsten Mal ciao Leute bis zum nächsten Mal